lieben und willkommen zu einer neuen gta vw diesmal haben wir einen zu fuß parkour mit mir dabei ist der floh ich hoffe die anmoderation von dir haben jetzt nicht zu spät da da irgendwie meine f10 taste gehangen hat ich wäre fast tot gewesen durch deinen scheiß gerade aber du steigst jetzt auch bitte vom motorrad ab also jetzt soll jetzt kein punkt übertreibt ich bin mir nicht mehr sicher ob das komplett nur zu fuß ist ich dachte schon ich habe gerade sterne ja stimmt will okay wenn schon so alle wo also da geht's lang wo auch immer du gerade vor hast hin zu fahren ach du scheiße das die soll leichter sein als die vorherige gute nacht für dich würde ich ja mal sagen muss da ach du scheiße das wird lange dauern die hatte 26 prozent mehr als die andere ach so du hast den punkt ja auch hier hatte sie insgesamt 65 oder so gell nein 66 ha mei lol äh hauptsache du schaffst den first try oder was hauptsache also ich es war genau wie die map die wir mit ryo gezockt hatten wo ich den sprung auch immer first try geschafft hatte ja alles klar warum ist er bei mir im ersten mal einfach durchgehend ach da ist doch wieder dein lieblingszeug hier wer ist ein real slobby real slobby möchte mein freund sein wie ich euch fern bestimmt hi die haben ja sogar eine freundschaftsanfrage ähm mit dem text geschrieben woher weiß der mein namen der weiß dass ich Florian heiße mein gut aber bitte nicht töten das ist bei deinem hatte ich jetzt nicht vor ist bei deinem Social Club name auch so schwer ähm DJ Flomusen also ich mein da muss man schon mal drauf kommen das könnte ja auch Pinocchio heißen oder sowieso ja bestimmt heißt DJ Flomusen Pinocchio ja bestimmt heißt DJ Flomusen Pinocchio ja ich wollte grad sagen du das klingt aber nicht sehr nah wo läufst du eigentlich grad hin da muss achso läuf ähm alles klar komm irgendwie dazwischen hä komm ich glaube ja irgendwie und wie komme ich jetzt dort an den Punkt ich glaube eigentlich dass du hier drüber sollst aber wie bist du da oben an den natürlich muss man dort an die Leiter her wie hast du den Punkt gekriegt ich bin da hochgeklettert da kannst du hochklettern irgendwie nein das ging bei mir irgendwie gar nicht als ob der jetzt ähm ja jetzt klettert er bei mir die Leiter darf er wieder runter ja Julian guck mal ich bin in dem Imbass ich bin in dem Imbasswagen drin guck mal rein was wow ähm als 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 ich hab ja noch nie mal irgendwie leer dafür komm ich nicht rein dafür lieber reinkommen hä ich weiss dir noch nicht wie mal was nachkommen soll hier gerade hä 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 Weih wir hab noch nie mal Leertaste oder so gedrückt ich war auf einmal irgendwie drin ah ich glaube ich verstehe doch ich bin schon wieder drin Echt jetzt? Ja! Ich hab aber dafür den richtigen Weg gefunden Ich hab den richtigen Weg Musst, schau auf diesen Ja Komischen Behälter drauf Und dann auf das Schild Und dann über diesen Krankkunster hier Krankkunster, Kalister Ja, ja genau Und jetzt springt der da nicht drüber oder wie? Er muss jetzt hier Punkt Dort oben Ich glaub die Map hatte ich gesehen bei Kev und so Die hatten die glaub ich gespielt Echt? Zu mir kommt sie nicht bekannt vor Na gut die wird schon Ah Alter Die ist schon älter die Map Dass die die gespielt hatten Aber auf jeden Fall hatten die die schon mal Die alten Maps kenn ich eigentlich alle Die neuen kenn ich nicht alle die sie gespielt haben Echt also ich würd denken Das war damals Ja ich würd denken die haben sie schon Und dann ist der Weg hier total falsch Stehen wir irgendwie grad mal? Äh Nö Eigentlich ja nicht Du wirst nicht auf die Idee da hochzuziehen Ey Macht er nicht Die kommt hier nicht Alter wenn ich jetzt verkacke Musst du den ganzen Scheiß nochmal machen Loll Siehst du dich da Überhaupt sieht er sich denn da nicht hoch Wo ist jetzt der Punkt? Dort oben Als ob man das jetzt Als ob man hier zu Fuß hochlaufen muss Das ist unmöglich Das musst du Alter Hä? Ist wirklich un... Loll Ähm Schau mal wo ich stehe Äh Achso Äh Äh Ah ok ich sehe auch wo nach wir müssen Hä Wo lang müssen wir Warte mal ich Deutlich einfacher Da müssen wir lang Achso Huch Der hat das bestimmt mit dem Motorrad dort oben gebaut Äh ausprobiert Wusste ja Du kannst ja ähm äh Testen wo du es nicht vom Motorrad aufsteigen Ich hatte bis jetzt nur zwei Maps irgendwie gemacht und das waren scheiß Maps So und jetzt sollst du hier zu Fuß hochgehen oder wie? Ja anscheinend Ja geil du sollst hier in der Leiter hochklettern Wow da hätte ich auch gerade direkt hochklettern können Ja genau da hätte ich ja auch nicht wie es war und drauf Als ob ich jetzt einfach vier Kilometer über den Container springe Was? Nicht geschafft also Hm nö Probier es halt nochmal an Ähm ja gut Bye have a good time Sag ich nur Bye Bin lezent runtergefallen Auch nur lezent Bumm Meiner hat sich die Den Kopf Die Kopf Okay Meiner hat sich die Die Kopf Spiele bei Yoda du hast Hä so und jetzt Und jetzt bin ich hier oben Ah alles klar Ähm Wurde hier noch weiter hoch oder? Auch klärt Äh nicht wundern du musst auf einmal ziemlich weit runter springen Ohhhh Soll ich den ganzen Jetzt ist eigentlich nur noch stumpfes Jackpot abfahren Muss ich das auch mit zu Fuß machen? Warte ich will mir das erstmal angucken Das wirklich Stumpfes Jackpot abfahren hier Fahrt hier und fahr einfach derzeit in den Moped Moped hier So Das haben wir einfach Wuhuuu Ja wenn das jetzt einfach nur abfahren ist würde ich Ja Komm dann lass mit Wo bist du? Warte auf mir Warte Warte Ich knall mal hier noch die Olle Da bin ich Also Hä? Warum stirbt ihr halt einfach nicht? Jetzt dann Ist doch komm Ich hatte Windschatten Aber voll Windschatten Ich hab's sehen Jetzt kann ich aber auch wieder ein Save Video anmachen Dum 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 LOL Ja was ist das? Ich dachte gerade ich bin durchgefahren Auf der Autobahn ok Dann brauchen wir auf Save Radio Außerdem kommt da wahrscheinlich eh irgendeine Copyright Musik Nö Ich hab meine alle von NCS Oder von Was hab ich noch? Auf Turbo auf irgendwas hab ich Ähm Ist jetzt irgendwie nur noch Punkte abfahren oder? Wirklich Checkpoint abfahren oder? 16 von 21 Checkpoint Hast du danach irgendwie noch geile Maps? Weil ich hab dann wirklich nicht Mal schauen Jetzt ist kein Punkte abfahren mehr Bist du schon? Hier? Doch du musst auch fahren Hey wo fährst denn du gerade lang? Hä? Du bist völlig falsch Hä? Du bist ja gar nicht Istio Achso Also Stop Ich hab dann die Straße hören Ist einfach auf der Straße der Punkt Auf der anderen Seite Muss einfach um den Block rum fahren Ich hab auch erst gedacht ich muss auch Oh Hä? Wo ist der Punkt hin? Der Punkt wurde geklaut Julian der Punkt wurde geklaut Oh Ich bin beim Ziel übrigens Echt? Ich dachte es wäre 51 Punkte oder so 21 21 So Ich suche hier nach Hier ist der Punkt Da ist ne Treppe wo du hoch musst dann gehen Ja da wollen ja hier irgendwie Elemente die man gar nicht gebraucht hätte Die hat der sich dann wahrscheinlich nur gebaut oder so Ja die hat er sich fürs Motorrad gebaut damit er hoch springen kann Ja da war die jetzt irgendwie wirklich nicht so schwer Aber für diese Folge gibt es keine zweite Map oder? Oder wollen wir da noch eine machen? Für die Folge 10 Minuten war es schon Ja Dann kann ich über 2 Folgen draus machen Genau Teil 1 kommt heute 1 morgens ungefähr Das wird die ersten 5 Minuten gefreut Ja das hatte ich mal mit Ey schaust das damals Stumpes Checkpoint abfahren Warte mal ich bin hier gerade Sag mal dafür dass es ein bisschen länger wird Ja okay Ja ich bin auf die Autobahn gefahren und deswegen dachte ich LOL Ich bin gegen die Laterne gefahren Ach man hat nicht geklappt Ich bin aber auch da durch Doch hab ich dich erwischt? Ja Ja gut Hat es doch geklappt Als ob ich bin schon wieder gegen die Laterne gefahren Echt? Ja Ja Ich bin jetzt schon wieder Ich bin das erste Mal gegen eine Latte Laterne Vorher Ich hab Latte gesagt Warte Aufwandlos So dann würde ich sagen Dann bin ich Aster Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Hat er nun ja noch was zu sagen? Verdienst natürlich But I I I I I I Don't care Ich bin da Ich bin der Ich bin der Ich bin der Ich bin der